Ich finde, in der Fotografie hat man die Möglichkeit, also für mich ist es sehr interessant, dass die Motive nie zu Ende gehen. Also ich finde, jedes Motiv kann man doppelt, dreifach oder immer wieder fotografieren. Man findet immer wieder eine neue Perspektive, eine neue Möglichkeit in der Fotografie und das macht es für mich unheimlich spannend. Ich finde, die Region ist einfach sehr schön und ich finde, es gibt sehr, sehr interessante Menschen, die hier leben, die man fotografieren kann. Ich finde, speziell Warnemünde und Rostock bieten eigentlich zu jeder Jahreszeit immer ein spannendes Motiv, sind wahnsinnig interessant und ich bin auch sehr, sehr viel im Ausland umhergekommen, also fotografiere auch in Skandinavien sehr, sehr viel, aber hier ist irgendwo dieser Bezug natürlich auch da. Also man fotografiert irgendwie oder ich fotografiere mit einem völlig anderen Gefühl, als wenn ich jetzt im Ausland zum Beispiel fotografiere. Das ist einfach eine moderne Form des Marketings, Werbung des Standortes und gleichzeitig natürlich Werbung für die Firmen, für den Standort, für die Kunst und das soll sozusagen ein Start in eine ganz neue Form dieser Zusammenarbeit werden und damit wollten wir mit dieser ersten Frühlingsvernissage hier am Technologie Campus beginnen. Wir wollen uns die Tage auch zusammensetzen und vielleicht das Format noch ein bisschen verschönern. Andere nennen das vielleicht jetzt auch so eine Art kleine Afterwork-Party, denn es ist ja sehr ungezwungen, locker und trotzdem kommt man super mit ganz vielen Unternehmern ins Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020